Heute mache ich gelassen Salben, schneller und einfacher Geizmaschinen. Das Freuja-Dessert ist herrlich, erfrischend und hat wahrscheinlich Nährstoffe, die die Körper brauchen. So erkläre ich mir zur Herstellung von Joghurt, den Inhaltsstoffen und die Wirkung auf den Körper. Joghurt enthält ein wertvolles Milcheinweiss, lief vertauliches Milchfett und Milchzucker, die fettlöslichen Vitamine A, D, E, Vitamin B2, B12, sowie Mineralstoffe Kalzium, Phosphor, Magnesium und Joghurt. Es ist ein Eislieferant und Kalziobomben. Die Tasche von Joghurt ist nachhaltig und die Zugang von den Leuchtsäurenbakterien ist positiv für die natürliche Tarnvora, reguliert Verdauung und stärkt sein Immunsystem. Fazit, das Frozen Joghurt ist ein super leckeres und gesundes Dessert. Es ist nachhaltig, du deckst eine Portion Kalzium und Eiweiss ab und es unterstützt die Metallflora und Immunsystem. Ich wünsche euch ganz gutes Abkühlen mit einem Freuja-Dessert. Und bis ganz neu. Tschüss zusammen!